Ja, hallo meine Lieben, gestern habe ich mich auf dem Weg nach Deutschland gemacht. Ja, meine Lieben, schweren Herzens verabschiede ich mich jetzt hier von meiner Wohnung in Kolumbien. Nach einem kurzen Flug von Armenia nach Bogota bin ich dort gut geliefert. Am Abend habe ich mich mit unserem Translator-Pressfreund Mati Lang aus Deutschland getroffen. Wir saßen zusammen für drei Stunden in einem lokalen Bierrestaurant einer Kneipe, haben ein süffiges Bier dort betrunken und uns angenehm unterhalten. Als wir ein Video für euch machen wollten, ist uns das leider nicht gut gelungen, denn die Leute in der Kneipe waren so laut, dass man uns nicht verstehen konnte. Ich habe diesen jungen Mann hier heute getroffen. Und zwar sitzen wir in einem Lied und im Kolumbien in einer Kneipe, wo ein wunderbares Bier hergestellt wurde. Und das ist der Mati. Der Mati ist ein... Naja, ich hoffe, das gefällt euch auch so sehr gut. Ich bleibe bei der Ball, melde mich schon unterwegs. Euer Altenmann ist in der Freizeit. Prost an die Clique und Prost an die Clique da draußen bei Translator-Press.de Prost an die Clique und Prost an die Clique und Prost an die Clique.